moin moin meine lieben leute und willkommen zurück hier auf meinem kanal zu einer weiteren folge brothers auf der switch gar nicht viel gerede wir machen direkt weiter haben jetzt in der letzten folge kurze brücke gelöst und einen verwirrten traum gehabt der wirklich crazy war denn da kommt man ein bruder mord beobachten aber was man trauen und bei leben noch was ein bisschen tief da zwischenfrequenz wala was um an der ks ruba dahin und daraus darüber fliegen was und für die jahre sind ein paar ziegen aufziegen reiten aufmachen hier guck mal wie geil ist das denn das so gut ist einfach ziegen zu klaren ok deswegen sind ja klar weil es wirklich eine überlegung wenn man guckt mit ziege klar mitnehmen kann jetzt kann man es wirklich natürlich super cool gemacht was schon lustig gemacht ich habe mir beide spaßen wird das können wir allein zurückfinden die finden wir zurück weg sind sie aber schnell hoch gekommen verrückte wissenschaftler das ist ein stein ja machen wir für dich klar hier ist ein zahnrad ja warte mehr ja ulu gesprach eigentlich wenn wir hochkommen ok ok natürlich auch kann man nur rüber gehen das eine ich das 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 zahnrad weg darf man sich auf den boden fallen lassen das kann doch gut sein da dann liegt es auch nicht wo kriege ich jetzt hier ein zahnrad her da kannst du noch ein zahnrad werfen ja genug um das war ein das ein voraus ja ich habe es verstanden ja noch einige zahnräder liegen aber wie kriegen wir jetzt ein zahnrad wieder ja ja es lag am holz das ist auch nicht so schwer aber das war natürlich doof ne da komm schon ein drücken preis und daher sohnsegel hatte hier erklärst du hier baust der wahrscheinlich mit dem gerät da fliegen oder was und Okay, so steuern wir. Oh, 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 oh. Oh, wow, das ist eine enge Kiste gerade. Oh, da waren Vögel. War da noch drauf landen, auf diesem Felsen? Oh, mal Glück gehabt. Ne, waren wir nicht. und kaputt okay ganz normal machen müssen wir hinfliegen los geht's noch mal das ganze gleiche nach rechts liegen auch hier um die kurve fliegen können wir nicht okay das geht nicht machen wir auch nur einen vorschlag von mir natürlich schlecht war wir müssen den vögeln auch ausweichen da ich weiß gar nicht so in der testen mal oh 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 Okay, woher sind wir hin, diese Fahre? Okay, okay. Hätte ich das gewusst, wäre ich nicht leicht eingeflogen. Oh, ein kleines Schlösschen. Wo wir da? Hör doch mal, Chile! Chile! Ah, es sei denn immer lieber mit. Ach so, für's Klettern, okay. Okay. Letzten wäre es. Hä? Ah, okay. So bleibt. Ach so, okay. Ja, okay. Jetzt habe ich gecheckt. Okay. Auch ganz lustig gemacht, Eni. Okay. Auch nicht schwung, wa? Ja. Nee. In der Richtung? Nein, hier hoch. Okay, mache ich nur so. So geht's ja auch. Warte, muss man auch Kraft haben doch. Wir können mitmachen bei, ähm, wie heißt das hier? Ja, ähm, ja. 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 Das ist lustig. Die Kontrolle hier. Da. Oh. Boah. Okay, dann sind wir längst gekommen. Können wir hier rein? Ja, vielleicht können wir wieder hochklären. Nein! Okay. Nein! Was machst du denn da? Was machst du denn da? Dumm. Wir wollen jetzt mal hier rüber. Ach du Scheiße. Wie das? Irgendwann. Okay. Oh, Glück gehabt. Dass das Ding nicht auf den Kopf gefallen ist, ne? Ist das schön gewesen? Okay. Ist das hoch da? Ah. Ah, okay. Warte. Da ist eine cleverere Lösung mit dem Seil hier. Ah. Ah. Na, das ist eine clevere Lösung mit dem, mit dem Seil hier, muss man sagen. Das war schon gut gemacht. Das war was anderes, ne? Oh. Das wollte ich auch nicht machen. Einmal los. Ein bisschen schwingen. Wollte ich hochklemme eigentlich. Da. Da sind beide dran, okay. Ja, beide auf verschiedenen Seiten, war klar. Da kann er noch nicht sprengen, der Spacko. Na gut. Sonst können wir alles rüber sprengen, aber hier kann er nicht rüber sprengen. Ist klar. Wir müssen hier raus. Ja, da müssen wir was. Da sind gar keine Turm, die wir hier erklimmen müssen, oder? Äh. Okay. Ach, da hoch. Gut. Mann, Mann, Mann. Die beiden, die machen schon was durch. Okay. Das war's. Ja, die Tür ist offen. Wir können da rein in den Turm. Das machen wir. Und zwar in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.